halloa und ja ihr seht mich nicht weil ich heute etwas ganz besonderes für euch habe und zwar habe ich so ein line best of zusammen geschnitten vom ts und ja ich wünsche euch viel spaß ja bewertung nicht vergessen und wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen türchen bis dann bis dahin ich habe das fenster auf ok die 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 ja ja mit aussagen und ist verrückt und Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Du hörst an meine Tastatur? Du? Au, GenX nimmt auf! Warte, 3, 2, 1. Reicht das? Jetzt müsste es wieder gehen. Ich suche immer noch das Niveau. Hast du es gesehen? Es ist fortgelaufen. Du musst jetzt noch irgendwas machen? Ja, du musst einfach nur starten und warten. Wir starten und warten! Also kann ich alles wieder schließen, außer da ist Minecraft Teil da. Ja. Und außer die Konsole. Und TeamV. TeamV. Ja, TeamV kannst du auch stießen. Also was ist das? GenX! 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 Heey! What?! Aha, hat er aufgenommen! Aha! Ja! Nein! Genau! Duher, erwлекstes Trau tentausch?! Oh Gott, ich bin zu inkompetent dafür. Du bist für alles inkompetent. Das ist die Sache! Sertan, das erzählen wir uns mal ein bisschen was. Ich bin wirklich kompetent. Sag mal, wie so in den Reality Shows die Kamera so weghauen so? Du redest grad von Reality Shows? Wer guckt es denn heute noch an? Ja, weil guck doch mal die DS, die einige sind auf. Genau und? In den Reality Shows, weil sie grad gereizt sind, tut sie doch immer so die Kamera wegschlagen. Jetzt nicht! Nachher wird aufgenommen. So richtig abgeschickt. Ja gut. Du bist ja mal richtig behindert. Sander? 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 Ja? Nix. Ey, willst du mich verarschen? Ich schwör, ne? Was? Ich schwör, ne? Nee, ich verarsch doch keinen. Ich schwör, dass ich schwör, aber auch richtig auch. Ich will nicht gemufft werden. Ich will nicht gemufft werden. Nix. 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 Nix.